Die BUS AG bietet spannende, attraktive Arbeitsplätze in einem internationalen Umfeld mit vielen Möglichkeiten Verantwortung zu übernehmen und mit unseren Kunden gemeinsam Produkte an den Markt zu bringen. Die BUS-Gruppe ist immer schon ein international tätiges Unternehmen gewesen. Unsere über 3000 verkauften Compandiersysteme befinden sich überall auf der Welt und insbesondere in China und in Asien möchten wir noch stärker wachsen und noch näher bei unseren Kunden sein. Seit 2018 ist die BUS-Gruppe auch mit einem eigenen starken Service-Standort in China vertreten, auf dem wir aufbauend den chinesischen Markt weiterentwickeln werden und unseren Kunden noch besseren Service vor Ort anbieten können. Wir benötigen für unser internationales Geschäft sehr offene und kulturell offene Mitarbeiter, die Interesse und Faszination verspüren mit Kulturen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten.